Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute stellen wir euch mal vor, wie die mündliche Prüfung in Deutsch im Abitur abläuft, wie das mündliche Abitur generell zu schaffen ist, welche Aufgaben vorgestellt werden und welche ihr dann bearbeiten müsst und entsprechende Tipps, die sicherlich hilfreich sind, um das Ganze zu bestehen. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Sofort ein kleiner Hinweis, wir haben ein Buch zur Klausur in Deutsch, aber auch zu vielen anderen schulischen Fächern geschrieben. Falls euch das interessiert, guckt da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Ist ein bisschen Werbung in eigener Sache, gerade als Vorbereitung fürs Abitur, für Grundkurs-LK-Klausuren, aber eben auch für das mündliche Abitur ist das sicherlich eine hilfreiche Lernhilfe. Dabei wünschen wir euch viel Spaß und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Wir schreien uns ja heute die Frage, wie gehe ich in einer mündlichen Prüfung in Deutsch vor? Bei einer mündlichen Prüfung wird erwartet, dass die Aufgaben fachbezogen beantwortet werden und entsprechend eine sinnvolle Analyse stattfindet. Ganz wichtig ist dabei, dass das Ganze dem 1515-Konzept folgt. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen aus dem Himmel gegriffen an. 1515-Konzept ist letztendlich einfach nur eine Zeitvorgabe, denn ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, 15 Minuten über die Aufgabe 1 zu reden. Ihr habt Zeit, 15 Minuten diese Aufgabe 1 darzustellen und 15 Minuten Zeit, die Aufgabe 2 darzustellen. Das heißt, es gibt zwei Aufgabenteile bei einer mündlichen Prüfung in Deutsch und diese werden dann entsprechend separat voneinander auch bewertet und werden auch separat voneinander dann entsprechend dargestellt. 15 Minuten habt ihr maximal Zeit dafür. Es ist allerdings nicht schlimm, wenn ihr weniger Zeit nutzt. Das heißt, wenn ihr nur 12 oder nur 10 Minuten redet, dann kann das auch sehr gut sein. Dann habt ihr das Ganze vielleicht sogar prägnanter dargestellt. Das muss nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein. Es kann sogar ein sehr gutes Zeichen sein. Also lasst euch davon auf jeden Fall nicht verwirren. Grundsätzlich ist es aber so, dass die maximale Dauer einer mündlichen Prüfung 30 Minuten beträgt. Wir haben also 15 plus 15 entsprechend. Das kann nochmal regional leicht abweichen. Deswegen fragt da vielleicht nochmal euren Lehrer nach. Aber typischerweise ist es so, dass wir genau dieses Konzept haben. Dabei werden von eurem Lehrer oder von eurer Lehrerin, so wie wir es im ersten Satz schon gesehen haben, zwei verschiedene Kompetenzen erwartet. Also zwei große Kompetenzen, die dann natürlich nochmal sich untergliedern in einzelne relevante Kompetenzen, die wichtig sind. Wichtig ist dabei unter anderem, dass ihr bei der mündlichen Prüfung die Aufgaben fachbezogen beantwortet. Das heißt, dass ihr ein Fachwissen vorweisen könnt. Das ist natürlich die Kompetenz, die für eure Prüfung erstmal am wichtigsten erscheint. Insbesondere daher, dass das natürlich die Themen sind, die da entsprechend abgefragt werden. Fachwissen am meisten Punkte gibt. Ihr habt dabei die Möglichkeit, das Ganze bereits im Vorhinein euch einmal anzugucken. Das heißt, diese Themen, die da im Deutsch abgefragt werden, sind auf den jeweiligen Seiten des Bundeslandes dann verfügbar. Guckt da einfach Aufgaben und dann mit eurem entsprechenden Bundesland und vielleicht noch Abi hinterher schreiben. Dann kommt ihr typischerweise zu so einer Tabelle. Diese Tabelle beinhaltet alle Themen, die von euch erwartet werden. Andererseits ist es aber meistens ja so, dass der Lehrer oder die Lehrerin das bereits schon im Vorhinein mit euch durchgesprochen hat, schon dargestellt hat, was ihr da entsprechend machen müsst, was von euch erwartet wird, welche Themen da entsprechend erwartet werden. Und dementsprechend ist es hier so, dass ihr die Aufgaben dann natürlich fachbezogen beantworten könnt, wenn ihr auch entsprechend gelernt habt. Außerdem ist es wichtig, dass eine sinnvolle Analyse stattfindet. Das heißt, dass ihr strukturiert vorgehen könnt. Da geht es dann um die fachübergreifende Kompetenz, fächerübergreifende Kompetenz, die generell einfach von euch erwartet wird, weil ihr die gesamte Oberstufe absolviert habt. Dazu zählt unter anderem, dass ihr Analysen könnt, dass ihr Inhalte darstellen könnt, dass ihr fachbezogen auf bestimmte Fragen eingehen könnt. Also entsprechend das, was auch in Aufgabe 1 und Aufgabe 2 erwartet wird. Auch natürlich eine gewisse Kenntnis über grammatikalische Satzbauten. All das natürlich sehr wichtig. In Aufgabe 1 ist es dabei so, dass eine Analyse zuvor bekannter Materialien stattfinden soll. Das heißt, ihr habt entsprechende Materialien, die ihr vorgelegt bekommt. Dafür habt ihr eine Vorbereitungszeit, die euch gegeben wird. Typischerweise unterscheidet man da zwischen 30 bis 45 Minuten. Irgendwo da pendelt sich das normalerweise ein. Und dann ist es so, dass eine Analyse stattfinden soll dieser Materialien. Die Texte sind dabei deutlich kürzer als das, was ihr sonst aus dem Deutschen kennt. Also grundsätzlich ähnelt sich das alles sehr der schriftlichen Klausur in Deutsch. Dabei unterscheidet man allerdings von der Textlänge oder auch von der Gedichtlänge, je nachdem, was für ein Textformat ihr da vorlegen habt. Wichtig ist dabei, dass ihr grundsätzlich alle Aufgaben bearbeiten solltet und da auch entsprechend sorgsam mit umgehen solltet, mit dem, was ihr da sozusagen vorliegen habt am Aufgaben. Das ist typischerweise aber ein ähnliches Vorgehen zu den schulischen Aufgaben. Nutzt die Zeit, die ihr habt, schreibt euch das stichpunktartig runter. Typischerweise habt ihr aber nicht die Zeit, das Ganze komplett ausformuliert aufzuschreiben. Dementsprechend verliert ihr keine Zeit, indem ihr das erst versucht. In Aufgabe 2 ist es dann so, dass insbesondere in Deutsch dann Epochen eine große Relevanz bekommen, denn da geht es um die spontane Darstellung eines fachlichen Inhalts mit entsprechender Verknüpfung zu Fragen des Lehrers oder der Lehrerin. Also hier geht es eigentlich letztendlich darum, der Lehrer oder die Lehrerin stellen euch Fragen. Diese sollt ihr dann entsprechend beantworten. Es geht letztendlich nur darum, darzustellen, dass ihr ein gewisses Fachwissen vorweisen könnt. Und insbesondere wichtig ist natürlich, dass ihr entsprechende Epochen beherrscht oder auch entsprechende Themen. Beispielsweise ein ganz beliebtes Thema ist Sprache, das typischerweise auch in einer möglichen Prüfung abgefragt wird. Also auch da müsst ihr dann einfach entsprechend vorbereitet sein, die Unterrichtsinhalte bekennen. Vielleicht habt ihr vorher schon ein bisschen Hinweise von eurem Lehrer bekommen oder von eurer Lehrerin, welche Fragen da eventuell drankommen. Dürfen sie eigentlich nicht, manchmal machen sie es trotzdem. Also achtet da ein bisschen drauf. Vielleicht versucht ihr den Lehrer ein bisschen auszuquetschen oder die Lehrerin. Und grundsätzlich ist es natürlich wichtig, ihr habt eigentlich typischerweise offene Fragen, die euer Lehrer oder eure Lehrerin stellen. Dementsprechend nutzt das. Keiner will euch da reinreißen, keiner will eine schlechte Klausur oder keine schlechte mündliche Prüfung von euch haben. Die wollen alle, dass ihr besteht und optimal besteht, bestmöglich besteht. Dementsprechend nutzt die Möglichkeit, geht auf das ein, was der Lehrer oder Lehrerin euch vorgeben. Aber weicht vielleicht auch ein bisschen leicht ab, lenkt das Prüfungsgespräch und das ist sicherlich meistens hilfreich, um dann eine entsprechende Verknüpfung zu den Fragen des Lehrers oder der Lehrerin zu schaffen. Kommen wir jetzt noch zu einigen Tipps, die wir euch geben wollen. Grundsätzlich ist es nämlich wichtig, dass ihr eine Kenntnis über entsprechende Operatoren habt. Das heißt, in einer Deutsch-Analyse habt ihr bestimmte Operatoren, bestimmte Analysefelder, die wichtig sind. Dazu haben wir separate Videos gemacht. Wichtig ist einfach, dass ihr das euch nochmal vergegenwärtigt. Auch dafür gibt es typischerweise Listen über die entsprechenden Operatoren in Fachdeutsch, die ihr euch online einmal herunterladen könnt. Das könnt ihr gerne machen. Googelt es einfach. Da habt ihr dann typischerweise nochmal eine Übersicht. Ihr kennt aber das meistens ja schon. Vergegenwärtigt euch das einfach, wenn ihr eine bestimmte Analyseaufgabe bekommt. Was sollt ihr jetzt wirklich machen? Weil sie wird niemals so umfassend sein, wie das in einer schriftlichen Prüfung in Deutsch sein muss. Dementsprechend das hier ganz wichtig. Außerdem ist wichtig, dass ihr insbesondere in Aufgabe 1, aber natürlich auch in Aufgabe 2 strukturiert vorgeht. Das heißt, in Deutsch ist es ja so, dass ihr hier einen Text analysieren müsst. Und dementsprechend natürlich auch viel zu analysieren habt. Deswegen ist eine strukturierte Vorbereitung umso wichtiger. Versucht ganz ruhig ranzugehen. Analysiert den Text so, wie ihr das kennt. Lest ihn vernünftig. Und strukturiert dann euer Text oder strukturiert das, was ihr dazu sagen wollt. Eure Analyse. Ihr könnt gewisse Dinge ausformulieren. Beispielsweise ist es sehr hilfreich, manchmal den Einleitungssatz mal auszuformulieren, damit das ein smoother Start in die Prüfung ist. Andererseits dürft ihr aber nicht allzu viel ausformulieren. Denn ihr habt einfach keine Zeit dafür. Geht da stichpunktartig vor. Nutzt es, was euch da an Zeit gegeben wird, um optimal alles zu analysieren, was ihr da vorgelegt bekommt. Und dann geht entsprechend strukturiert auch in der Klausur selbst vor, in der mündlichen Prüfung selbst vor. Haltet euch an das, was ihr stichpunktartig vorgegeben habt. Versucht nicht da irgendwie zu springen oder auf einmal noch neue Dinge einzubinden. Versucht einfach ganz strukturiert das wiederzugeben, was ihr in eurer Vorbereitungszeit dargestellt habt. Und das ist natürlich auch für Aufgabe 2 wichtig. Versucht ganz entspannt das Fachwissen wiederzugeben, was ihr euch vorher angeeignet habt, was ihr euch vorher gelernt habt. Und dementsprechend dann ganz ruhig das Ganze darzustellen. Dann ist natürlich ein ganz wichtiger Tipp. Bleibt einfach ruhig bei Verständnisfragen, die durchaus natürlich auch im Deutschen auftreten können. Stellt die Fragen ruhig. Und es ist nie schlecht, wenn ihr in so einem Prüfungsgespräch dann tatsächlich auch ein Prüfungsgespräch anfangt, indem ihr Lehrer oder Lehrerin dann was Rückfragen stellt. Das zeigt, dass ihr ganz kompetent das Ganze machen könnt. Das ist keine schlimme Sache, wenn ihr Verständnisfragen habt. Und das kann euch einige Punkte retten. Also, falls Verständnisfragen auftreten, stellt die ruhig. Und außerdem natürlich, ihr habt gelernt. Dementsprechend habt keine unbegründete Panik. Bleibt ruhig. Wenn ihr nicht ruhig bleibt, dann werdet ihr sicherlich keinen Erfolg haben. Also, das ist ganz wichtig. Bleibt einfach ruhig. Ihr schafft die Prüfung auf jeden Fall. Und damit wünschen wir euch auch ganz viel Erfolg bei eurer mündlichen Abitursprüfung in Deutsch. Grundsätzlich ist es so, ihr habt dieses 15-15-Konzept. 15 Minuten für Aufgabe 1 maximal. Analyse zu vorbekannter Materialien mit den entsprechenden Operatoren, die ihr ja bereits kennt. Dann in Aufgabe 2 geht es darum, dass ihr Fachwissen vorweisen könnt. Noch mehr Fachwissen als in Aufgabe 1 natürlich. Dass hier einfach ein Prüfungsgespräch stattfindet. Der Lehrer oder die Lehrerin euch Fragen stellen. Und ihr da auch entsprechend lenken könnt. Also, nutzt die Möglichkeit, die euch da gegeben wird. Wichtig ist dabei, dass ihr komplett ruhig bleibt. Verständnisfragen stellt, falls welche auftreten. Und natürlich das Ganze, dass keine unbegründete Panik auftritt. Dass ihr ein strukturiertes Vorgehen habt. Dass ihr strukturiert vorbereitet seid. All das sind hilfreiche Tipps, um euch das mündliche Abitur so einfach zu machen, wie es geht. Dabei wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg bei der mündlichen Prüfung. Viel Glück und schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr eure mündliche Prüfung dann bestanden habt. Und jetzt wollen wir euch natürlich noch den kleinen Hinweis geben. Wir haben das Buch zur Klausur in Deutsch, aber auch zu vielen weiteren studischen Fächern in der Videobeschreibung verlinkt. Das gibt es als E-Book, als Taschenbuch auf Amazon. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine sehr gute Hilfe. Und die Werbung in eigener Sache lohnt sich an der Stelle. Grundsätzlich könnt ihr auch gerne unseren Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Haut rein und ciao.